Ja, lieber Jasi, im Namen des Eintracht inklusive Fan-Clubs darf ich dir diese Auszeichnung geben. Du bist zum Spieler des Jahres 2020 gewählt worden, der natürlich den Pokal gerne selber überreicht. Geht leider nicht, deswegen mache ich das an der Stelle auch dann. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Vielen Dank, dass meine harte Arbeit immer geschätzt wird. Und wie gesagt, ich gebe hier immer für den Verein alles. Ich versuche immer alles auf den Platz zu geben und das ist die Bestätigung dafür und ich freue mich sehr auf jeden Fall. Vielen Dank!